Gedrückt halten. Das Fahrzeug meldet jetzt, dass das Stabilitätssystem ausgeschaltet ist. So, Rückwärtsgang eingelegt. Jetzt fahre ich rückwärts. Einfach nur das Lenkrad gerade halten. 1.40. Raus. Und wieder vorwärts. Das war's. Mehr ist es nicht. Das ist ja super. Können wir dir das nochmal wiederholen? Einmal noch, bitte. Okay, einmal. So, also, das gleiche Spiel nochmal. Rückwärtsgang einlegen. Beschleunigen. Drehen und fahrwärts. Jetzt weiter. Alle noch am Leben? Alle noch am Leben? Ich würde sagen, naja, nicht so ganz. Okay. Also, wie will das genau so cool hin? Ja, bestimmt. Dann dürft ihr euch schon mal in euer Auto setzen und ich hole euch dann wieder, wenn wir so weit sind. Ich muss hier mal einen Stift wieder suchen. Ich habe jetzt einen mittleren Halswirbelschaden. Mein Stift ist bei der Agent-Felte irgendwo hin verschwunden. Ich kann nur sagen, haltet euch gut fest. Ich habe mir gerade zweimal richtig den Kopf angehauen. Ja, viel Spaß. Ja, viel Spaß. Ja, viel Spaß. Wie geht es? Ich weiß, ich kann nur sagen. Ich weiß, es wird nicht ohne. Ich weiß, es wird schwierig sein. Wenn der das kann, wird er etwas einhalten. Dann ist der ein, und dann soll das noch ein. Vergesst es, es gab nicht. Kann ich so schwer sein? Kann ich so schwer sein? Kann ich so schwer sein? Gut, zu falsch. Wer will vorfahren? Wer will zuerst? Wie war's, Madame? Wie war's? Super. Er hat es einfach zurückgeschaltet und dann einmal nur gedreht, oder? Ungefähr so, ja. Nein, du musst auf YouTube dann noch... Du musst jetzt... Wenn du... Wenn! Alle, die den nach oben wollen, kann man ja schon sehen. Kommt ihr, Edel! Ich hab Angst! Warte mal, ihr Mäuse! ... ... ... ... ... ... ... Der fährt einfach zurück und wenn er hinten ist, durchfährt, dann gibt er nochmal Gas, dreht's Lenkrad rum. Ja. So fühlt er sich so an. Der bremst aber erst mal und dann... Nein, der bremst nicht. Ich glaub, der hat nicht gebremst. Nee. Fühlte sich nicht nach Bremsen an, oder Uli? Gebremst hat er doch nicht. Hat er gebremst? Der bremst doch nicht. Der bremst doch nicht ab. Der bremst doch nicht ab. Und wenn er bremst, dann hast du auch gesagt, wie kannst du dich gar nicht so schnell drehen? Ich mag, wir müssen ihm einmal mitfahren. Ich will's wissen. Ich muss einmal mit ihm fahren. Wir müssen dann fahren. Einen Frage. Einen Frage. Was hast du gesagt? Ich hab Vollgas. Ich hab 20 bis dahin. Nee, her 40. Aber ich bremst ja nicht ab. Sag ich so. Und dann? Und dann drehst du dich. Und wenn du trocken bist, neutral... Man fährt ja gerade rückwärts. Ja, ganz gerade. Okay. Und dann mach ich... Jetzt kann man einmal ganz kurz in eine Richtung bewegen. Und dann lenkt man ganz, ganz schnell und weit in die andere Richtung. Oh, wow. Okay. Und dann passiert... Wenn du dich gedreht hast und stehst... Dann wieder zurücklenken. Dann gehst du ins Neutral und dann fährst du... Wir probieren das. Du ziehst vorher... Ja, einmal schauen... Du ziehst dann... Dann rollst du... Dann rollst du... Dann... Dann rollst du... Dann... Dann rollst du noch einmal weiter. Ich sag... Ab, ab, ab. Das ist wie du. יודע, battle. Dann Carroll und Zeit mit dir acuerdo.